Was hat mich bewegt? Ich habe hier vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, als ich die Nachfolge von Karl Hopfner antreten durfte, diesen FC Bayern als meine neue Heimat erlebt. Ich bin Teil dieses FC Bayern geworden und habe hier wunderbare Jahre verbracht. Das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Und jetzt durch diese Gespräche mit Herrn Heiner und dem Aussichtsrat und die Frage, wenn man etwas wirklich gerne macht und das einem das Herz berührt, dann ist man auch bereit, seine Planung wieder zu ändern. Und deswegen habe ich natürlich das sehr gerne getan. Wenn der FC Bayern ruft, dann sollte man sich überlegen, ob man dem nachkommt. Und ich bin dem sehr gerne nachgekommen und möchte deswegen an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sowohl Herbert Heiner als Aufsichtsratsvorsitzenden und dem gesamten Aufsichtsrat danken für diese Chance, für diese Aufgabe, die sicherlich die nächsten Wochen nicht leicht werden wird. Aber das macht es umso reizvoller. Ja.